Die Weber. Öffnen Sie den Karton und entnehmen Sie alle Teile Ihres Elite Gaming Stuhls. Im Lieferumfang befinden sich die Sitzfläche, die Rückenlehne, das Fußkreuz, die Sicherheitslaufrollen, die Armlehne, die Sitzaufnahme, der Dämpferzylinder, die Abdeckung des Dämpferzylinders, der linke und rechte Justierhebel, die seitlichen Abdeckungen, das Montagematerial, die Abdeckkappen, das Sitzkissen, das Nackenkissen, die Montagehandschuhe und der Inbusschlüssel. Montieren Sie im ersten Schritt des Zusammenbaus die Sicherheitsrollen am Fußkreuz. Drücken Sie hierfür die Rollen in die Aufnahmen. Um den Dämpferzylinder und dessen Abdeckungen anzubringen, stecken Sie den Zylinder in die Mitte des Fußkreuzes. Die Abdeckung kann nun einfach auf den Dämpferzylinder gesteckt werden. Befestigen Sie nun die Sitzaufnahme an der Unterseite der Sitzfläche. Hierfür benötigen Sie vier Schrauben und den Inbusschlüssel. Achten Sie darauf, dass die Seite mit der Gelenkachse nach vorne in Richtung Front zeigt. Befestigen Sie die Armstützen mit jeweils drei Schrauben. Beachten Sie hierbei die Anbauseite. Montieren Sie die Rückenlehne. Schrauben Sie diese dafür mit je zwei Schrauben an den Aufnahmen fest. Ist die Rückenlehne beidseitig verschraubt, können Sie die Abdeckungen aufsetzen und mit je einer Schraube befestigen. Verdecken Sie die Schraubenlöcher anschließend mit den Abdeckkappen. Nun kann die Sitzfläche auf den Dämpferzylinder aufgesetzt werden. Um diese fest mit dem Stuhl zu verbinden, genügt ein Druck von oben. Stecken Sie nun die Justierhebel ein. Lenden- und Kopfpolster lassen sich mittels der Klickverschlüsse einfach am Stuhl befestigen und je nach Belieben einstellen. Mit Hilfe des rechten oberen Hebels kann die Rückenlehne bis maximal 135 Grad verstellt werden. Die Armlehnen des Bürostuhls können individuell auf Ihre Höhe und 4D angepasst werden. Um die Wippsperre zu aktivieren, legen Sie den linken Hebel um. Um die Höhe des Stuhls zu verändern, ziehen Sie am rechten Hebel. Um die Wippintensität Ihres Stuhls zu ändern, können Sie die große Verstellschraube an der Sitzaufnahme drehen. Die bequeme Kombo aus Rücken- und Nackenküssen bietet höchsten Sitzkomfort. Die sportlichen Ziernähte im Elite-Schriftzug zeigen jedem, mit wem Sie es zu tun haben. Das Kunstleder und die Kontrastziernähte im Rückenbereich geben dem Stuhl ein elegantes Finish. Die langlebigen Sicherheitslaufrollen sind für jede Bürooberfläche geeignet. Endlich ein Stuhl, der sein Soll erfüllt. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem Gaming-Stuhl Mercenary. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem Gaming-Stuhl Mercenary.